1, 2, 3, 4, Siebenstein! Mit Rudi kannst du jeden Umfug machen. Mit Koffer kannst du auf Abenteuerreisen gehen. Mit Siebenstein gibt's immer was zu lachen. Endlich geht's los, es gibt so vieles zu sehen. Jetzt kommt wieder Siebenstein, da sind wir alle. Wir alle schon ganz daheim. Ihr seid eingeladen in Unterlagen, Geschichten zu hören. Das ist wunderbar, bei Siebenstein gibt's immer was zu lachen. Mit Rudi kannst du jeden Umfug machen. Kies und Kauern, Kofferfunk, Umbauern, Kissen, Hubsen, Zauern, Fliegen, Tanzen, Springen oder einfach wieder zwingen. Jetzt kommt wieder Siebenstein, da sind wir alle ja auch schon ganz daheim. Wir erzählen Geschichten für klein und groß, auch viel passt. Denn jetzt geht's endlich los.